Ah, freu ich mich ein bisschen, ne? Weil, ähm, ähm, Gerrit ist bekannt für seine, ähm, 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 ne? Das war das erste Mal jetzt. Der Allgott hat sechs Ferkel verloren. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Trepo. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Du hast den sauren Wein gebracht. Der Fluch ist so, dass er deine Schuld wie meine. Was denn hier los? Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen, mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unserer hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlägel und ein Fassbier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Haischrecken oder so gefressen. Was? Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Okay. Hm, was hat die denn für eine... Der Allgott ist das da, okay. Aber das könnte man schon machen, oder? Wo ist denn das? Ja, in der Zweite ist... Hier, ne? Da hinten. Ach du Scheiße, das ist weit weg. Aber wir könnten... Ah. Ah, mal hier. Schauen wir mal dahin. Wo ist... Das Wunderpferd. Das überall... Ist. Toll. So. Weiter. Da gehen wir noch ein paar Fragezeichen auf den Weg. Zu... Hauptquests. Hey, hey, hey. Warum dreht der so ab? Die machen wirklich das mit her, wenn das war, äh... Alter, was drehst du denn hier ab? Nicht so schnell, Plexe. Wie meinst du denn erst? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. ? Der ist durch, ne? Das ist neu, ne? Aua! Die ziehen gar nix, ne? So. Mach mal. Da kann nur einer rausgeschissen. Jetzt weiß ich auch wie die Gegner in meinem Spiel respawn. Durch Nester. Durch respawn Nester. Aua! Alter! Mensch! Hey! Achso! Oh! Ja, haben wir wieder ein Dorf. Mal schauen, sowieso. Könnten mal, äh, meditieren. Mal schauen. 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 So Wie komme ich denn da rüber? Scheiße hier oben Ne ja Ich mach glaube ich die Quest hier Hier haben wir keine Sechser ne? Nope Wo ist das? Ach da hier ganz hinten alter Das ist ziemlich weit Was du? Alter Schneller Und du bist der Hexenmann Los los Ja ja laber nicht Holzkopf Weiter so Plätze Wachter Schatz was ist das denn? Wie ein Kailraden oder so ne? Alter Was ist das denn? Uah Jetzt탄ene Boah Alter Wie viel zieht der? ich glaube das ist ja das ist level 14 aber nein es kommt wieder nicht die geschichte von den typen ah ne dann lasse ich das mal kann man wohl schnell reisen ja dann gehe ich halt mit färste hin ja halt Was ist denn hier passiert? Okay. Plätze, warte. Einfach holen, dann irgendwas? Blumen? Lauf, Plätze! Warte. Nein. Ja, oh, doch. Wir machen die Quest einfach. So. So. Wo wir hier sind. Ich hoffe, wir sind hier wohlgesonnen. Beweg dich. Ich will hier uns angreifen. Mach langsam. Anschlag, weißen. Neue Markierung. Was ist das denn hier so? Ach, hier gibt es Schlag. Äh, Box. Du wirst nicht mehr so übereinig sein, wenn du die Männer des Barons den Arsch versollt haben. Ein grauer, eingefügt, wie du in der Stadt kämpfst du gegen Stankfisch, Fresser? Kleiner Pisser. Alte Schnauze, Alter. Was ist das denn? Ach, das ist auf Polnisch. Ja, du hast Augen wie eine Katze. Fällst du auf Meusel? Sei gegrüßt. Oh, wei. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Das sieht ja aus. Piment. Och, nö. Ne, wohl. Oh, wei. Was war das? Auch noch Visur. Aua. Mann, das ist bei uns. Fällig da. Okay. Zwischenstopp oder sowas, ne? Äh, 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 äh. Der ist aber mittendrin. Kleiner Pisser. Halt die Schnauze. Dann, sag mal. Was ist mit der? Und du bist der Hexenmann, der Mutant. Dolores. Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach überm Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender. Ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück. Hab ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Hm. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge. Für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Kostet 200 Kronen. Wenn du ein bisschen vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Ach, danke. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn es notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Danke. Danke. Ach, so geht das. 600 Meter. Alter. Alter. Boah, wie viel zu viele Quests. Haben wir hier auch was dazu bekommen? Boah, Alter. Gar nicht weniger, sondern mehr. Dann gucken wir mal auf die Karte. Ja, liegt auf unserem Weg. Guck mal machen. Aber müssen wir denn wieder hier? Das wäre scheiße. Alter. Ist der im Haus drin? Bist du bescheuert? Der war einfach im Haus. Ja, ich gehe da mal, oder? Gehst du mir auf den Sack, alte Frau. Boah. So. Dann geht die Weise weiter. Die Weise weiter. Föhn. Was war das? So, ist gut. Los, los. Los, lauf. Was ist das denn hier? Hey? Das kommt mir voll bekannt vor. Ist das nicht, wo Zerima war? Los, lauf. Täusche ich mich das? Ja, toll. Ja, toll. Hacke meine Schuhe. Komm schon. Sieht mir echt vertrauenswürdig aus hier. Schneller. Wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Langsamer. Ja, der sitzt da unten fest. Ja, toll. Jetzt ist er unten da fest. Da ist er wieder wunderbar. Ja, komm, plötzlich. We spawn. Lauf, hat sie hinaus. Hey, wo führt mich das mit dem Navi hin? Hier ist so eine Sackkasse. Was ist das? Los, los. Los, lauf. Pass. Komm schon. Ein Weif, achso. Was? Hey, 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 hey. Ich will nix mit dir. Oh, ein Wanderer oder so. Ja, Kofani, was ist das? Ich meine, der Wolf geht ja noch. Was ist das da? 23, ich glaube, da ist es unser... Was ist der? Meine Güte. Was läuft denn hier rum? Teilweise. Ich hoffe, es ist nix Böses. Das ist das Jahr. Das ist die Arme. Das ist die Arme. Das ist die Arme. Wohin? Wohin? Wieso läuft er weg? Alter, wie assi die sind, ne? Immer hinterm Rücken. Wir sollten mal an... Die Eintrecke nehmen. Hier die. Schwauble. Wart jetzt... Wieso kommt das erst später, wa? Das ist der Jink. So, wo ist... Ey. Was ist das denn? Sieht ein bisschen Ähnlichkeit aus, ne? Ein bisschen. Das ist immer so ein Vieh. Schatz, dann bist du hässlich. Boah, ich hasse die. Boah. Rückkehr anwesen. Was? Soll ich jetzt rück? Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Ja, der Scheune. Die Scheune. Ich weiß es aber nur. Weil ich das gesagt bekomme. So, was ist hier? Ah, hier. Die Schöpfkelle. Toll. Das war der... Was? Was ist das denn? Okay. Warum kann man hier noch was machen? Ich kletter mal die Leiterruhe, aber gleich ist die Aufnahme vorbei, deswegen... Hallo Leute und Willkommen zu The Witcher 3 White Hunt. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Der Fall des Hauses Rückkehr. Kehre zu Doleena. Doleena. Ähm. Ach ja, der kann ja nicht. Bei dem ist das ja schwer. Puff. Das ist die Scheune von... Ach ja, der... 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 Der Kottweiler muss ich anschließen. Ähm. Ach du Scheiße. Weg da. Weisse. Au. Scheiße. Entschuldigung So Ich hab ein bisschen Was ist los? Was ist los? Hallo? Hallo? Warum geht der denn auf einmal? Hallo? Komisch, manchmal hat der irgendwie, ich weiß nicht, Störungen So, scheiß auf die, das sind irgendwie Ich weiß nicht, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Die Welfel sind kein Problem, aber Volles Endzeitgebiet Eigentlich Ach du Scheiße Unsere Rüstung voll am Arsch Was hab ich denn hier gemacht? Bist du eigentlich so ein Bucke-Sumpf? War man da? Was mit Bucke-Sumpf? Ah ne, wir sind dabei Dabei, dabei Dabei, dabei Dabei, dabei Wir hätten ja Kurzstopp gemacht Ich, ich, ich leck mich ja immer Zu schnell vom Spiel ab So war das wahrscheinlich Banditenlager Was? Ach du Scheiße Jawohl Ah, wir sind einmal hier, komm Sohleiner Ziege Ja, ja, oh Scheiße, ich fall runter Was hab ich so gebostet? Scheiße Au Au Arschloch Lalalalalala Lala Aua Kleiner Arsch Ey Alter Alter, was geht ab? Boah Was? Was? Was geht? Schill doch mal Die sind sogar mal sieben What the fuck, Alter Rasieren die mich da voll Alter Ich glaube, es sagt's Ist die Stufe 8, ja? So, Plätze Kommt aus den Bäumen Was auch immer der da getrieben hat Wo ist das andere Pferd? Ah ne, wo ist das Reh? Plätze, wo ist das Reh? Was hast du mit dem Reh gemacht? Und wie immer bei Override immer Genug speichern Ansonsten Passiert sowas, was Hey Was ist das denn? Los, los Waren wir hier mal auf? Was ist das für ein Dorf? Keine Ahnung Hey, wo ist denn das eine da? Keine Ahnung Keine Ahnung Ich stelle glaube ich Was dazu Mal gucken Alter, warum Da ist es Ah Oh, diese Pisser, ne? Lass ihn nicht zur Art kommen Lass ihn nicht zur Art kommen Aua. Endlich. Das reicht's aber. Jetzt mach ich aber ernst. Scheiß-Bom-Schütze. Bam, Alter. Sex. Ich hoffe, wir werden nicht voll. Ah, die Strickleiter. Was will ich mit der Strickleiter? Alter. Nice. Man, ich will das Schild. Das soll anzünden, was? Das ist gerade echt. Anzünden. Okay. Warum nicht? Hunde-Brätschen. Warte. Ach. 90 Augen. Wir sind an der Grenze. Was sind wir denn jetzt eigentlich? Das ist... Ah, okay. Das ist das da. Ich kann's einfach nicht lassen. Wie er mich kennt. Ich will wissen, was da hinten ist. Speicher war vorher. Ich glaube, wir haben kein Nest. Wohin? Komm, komm, Lass. Wohin? Yes. Hallo? Endlich. Ah, ein Dorf. Hey. Yes. Geh mir aus den Augen. Nein. Ah, scheiße. Wollte ich den Schulte. Ich werde wegstecken. Wer hat man denn hier? Du, Lea, was ist das denn? Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden? Mit meinem Schatz? Nein. Vielleicht hat sie jemand gestohlen. Mag sein. Es sind so viele Jahre vergangen. Aber geh zurück zum Haus und such danach. Ich kann dir nichts anderes bieten. Das werde ich. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiden. Wääh? Ah, finde den Woman. Ach so, jetzt. Ah ne, es ist jetzt an der Fall des Hauses Rückkehr. Hat man nicht... Hätten wir was rausgeholt oder nicht? Ich weiß nicht. Ah, plötzlich interessiert gar nichts, was passiert. Ja. Ja.